vom nekromanten und ihr seht es ist einfach es ist einfach alles weg und damit herzlich willkommen zu einer folge auf sky bounce endlich geht es wieder weiter ich habe gesehen in der letzten woche kam leider kein video von mir ich war erst krank oder halt nicht da und an dem eintag habe ich dann meine neue grafikkarte bekommen und wenn ihr jetzt mal meine fps guckt ich spiele jetzt mit stabilen 120 fps das heißt ich kann mir jetzt auch texture packs und shader reinhauen ich kenne mich nicht so gut aus ich habe als einziges habe ich mir specks runtergeladen wenn ihr irgendwelche wünsche habt dann schreibt mir mal in die kommentare mit welchem texture pack oder shader ich spielen soll dann werden meine videos demnächst auch nicht mit den vanilla texturen kommt also ich finde es auf jeden fall mega nice denn 120 fps davor hatte ich in der aufnahme zu 40 also hat sich schon ein bisschen verbessert und jetzt sind sachen auf dem server also ihr habt ja gesehen jetzt schon im vorspann irgendwas ist da komisch irgendwas ist da komisch und ich kann nicht genau sagen woran es liegt aber es war also nach dem einen restart war plötzlich einfach es war einfach alles weg die komplette insel war komplett gelöscht also also komplett weg alles es war einfach nur zurückgesetzt also ja gut ich hatte hatte halt zum admin geschrieben geschrieben aber wartet ich gehe mal kurz auf die insel drauf ach nee was mache ich was mache ich slash is go insel zur vom nekromanten und ihr seht es ist einfach ist einfach alles weg es ist einfach alles komplett resettet es ist nur noch diese anfangs plattform da das was wir hatten ich hatte mit so einem admin geschrieben die hatten ein update und es ist zwar gewusst oder sie wussten zwar dass daten verloren gegangen sind sie wussten aber nicht was das heißt ich habe wirklich nur noch das was in meinem inventar drin ist wir hatten fünf iron golems borne zwei place borne und von dem ganzen zeug was in den kisten ist gar nicht zu reden also das waren locker einfach keine ahnung 30 millionen oder und vor allem die ganze arbeit die dahinter steckt das ist eigentlich das eigentliche wird auch noch 20 piks borne ich habe auch mal den den janni ghg auf die insel eingeladen ging es nämlich dem ging es nämlich genauso wie mir der der botag nur kurz zum spawn gehen ich weiß nicht genau was da jetzt das problem ist ich weiß nicht genau wie wir das jetzt weiter machen wollen oder ob wir überhaupt was weitermachen wollte es ist halt wirklich alles weg und ja ja warum es hat es kommt ein update und danach ist alles weg nein sorry leute es war natürlich nur ein spaß aber ein richtig richtig nice hast spaß also der war richtig richtig aufwendig gemacht vor allem danke an die person der namen jetzt vergessen habe weil ich dieses video diesen video part jetzt einfach drei tage später aufnehmen naja habt jetzt gerade gesehen danke an die person die sich die ganze mühe macht und das nachbaut hatte ich glaube das war janni ghg bin ja bin ich sicher danke dass sie sich diese mühe macht ich finde es auf jeden fall richtig witzig dass sie das komplett nachgebaut hat also ja dadurch ist das entstanden ich habe keinen zu großen schreck gekriegt obwohl eigentlich ist das ja doch ganz witzig naja kommen wir zu ein paar anderen sachen einmal die zweite community die ist hier und da ist schon wieder richtig viel entstanden hier ist das haus von selina und hier drüben entstehen gerade richtig richtig krasse generator unter anderem dieser hier der vollautomatisch schafe und kühe tötet und dadurch leder und wolle gewinnt und natürlich das fleisch was ist das hier keine ahnung hier entsteht jetzt oder hier ist ein richtig geile wohnung entstanden ich weiß nicht ob die schon fertig ist ich mir nicht sicher aber auf jeden fall ich finde das sieht so unglaublich nice aus hier wenn ihr euch das mal anguckt hier oben sind so krasse weizenfelder und hier so so kleine eingänge mit fenstern rein beziehungsweise raus kommt auch an wie man es nimmt sorry liebes seerosenblatt aber du hast mich backen lassen ach so challenge ansonsten geht es hier rein gut innen ist das jetzt nicht so sonderlich spektakulär gestaltet aber dann gibt es hier unten so einen keine ahnung geheimgang oder so und da ist ein so neister weg gebaut der ist richtig richtig cool geworden ich bin gar nicht auf die idee gekommen dass man solche designs bauen kann ja genau hier gehen auch die fenster nach draußen ich denke mal hier sind geheimgang ja unglaublich unerwartet so hier geht es noch runter hier sind kisten und ich finde das ist so unglaublich mega nice gebaut mir gefällt diese wohnung so gut ist fast so schön wie manche auf schöner als manche auf der ersten community obwohl es da auch nice gibt gut was gibt es noch schönes zu sagen abgesehen davon dass es super viel zu sagen gibt übrigens ich habe eine zeitraffer aufgenommen wie das hier gebaut wird oder teilweise gebaut wird wenn ihr wollt dass ich das mal hochlade schreibt mir das auch mal mit kommentaren dann mache ich das gerne denn dann muss ich das nicht noch mal aufnehmen ist weniger arbeit für mich so zeige ich mal ein paar sachen von unsere also abgesehen davon dass ich player level 17 bin habe ich hier die banker challenge geschafft und habe bereits die kisten aufgewertet ich habe gerade vorne der worte habe vier worte kreis gefahren und jetzt haben wir da schon fünf und ihr seht hier ist jede menge zeug unter anderem sind hier jede menge smaragde und diese smaragde habe ich mir über die ganze zeit wie ich nicht aufgenommen hat erspart und will diese jetzt verkaufen und ich weiß nicht genau wie viel wir bekommen ich habe heute auf jeden fall schon jede menge zeug von denen bekommen ich hoffe es reicht vielleicht für den nächsten iron golem spanner ansonsten investiere ich in places mal gucken alles rein und 1,4 millionen reicht nicht ganz okay dann investiere ich in einen weiteren kein ding obwohl hat man wie viel kostet denn zum zombies borne oder ein skeletts borne lollas ob ein skeletts borne so viel kostet ich weiß nicht sollte ich lieber in skeletts borne für xps investieren und mir dann erst mal drei bis vier skeletts borne gönnen oder erst mal einen place borne also viele entscheidungen überlege ich mir mal noch genauer auf jeden fall haben wir jetzt auch endlich was angeht 1,4 millionen bekommen einfach 1,5 millionen und da gibt es weitere sachen zu zeigen einmal hier oben bei den kleiner ich wurde nämlich darauf hingewiesen das ist mehr ein golem sporn wenn vier blöcke zwischen den borne entfernt ist sind das heißt ich habe immer so gebaut dass es so ist und es wollen tatsächlich mehr also es wollen jetzt immer mindestens drei eisen golems und manchmal ist halt wirklich nur einer gespawnt das ist jetzt besser geworden finde ich nice eine andere sache habe ich habe jetzt hier meinen kopf ich den bekommen habe ich habe keinen plan so richtig also mein bruder hat ohne meine erlaubnis oder mit einer erlaubnis weiß ich nicht ob ich immer das erlaubt hatte in dem moment gespielt mit meinem account wurde dann von dem einen getötet der hat meinen kopf bekommen hat mit denen geschenkt habe ich den jetzt also ja finde ich gut habe ich jetzt halt einen kopf von mir noch sachen ich habe ja genau grüße an xx leon xx123 und an unterstrich unterstrich tenji unterstrich unterstrich der eine weil damit geteamt hat uns mit mir teamt und staff gegeben hat und mich fast getötet hat naja und naja bei dem anderen weiß ich gar nicht misst habe ich mir nicht aufgeschrieben auch wann das so viel passiert eine woche kein video plan ist nicht so toll oder aufnehmen was könnte ich noch schönes zeigen ich habe op rüstung oder relativ op rüstung damit kann man jetzt auch mal so die wortung gehen ich habe hier verzauberungs bücher für irgendwelche coolen sachen zum beispiel rüstung ich habe ich noch ein back step naja gut die ist nicht so gut dann habe ich eine axt ich mir selbst teilweise zusammengebaut habe und ich bin jetzt gerade dabei so op sachen selbst zusammenzubauen weil ich auch die entscheidung challenge geschafft habe haben wir unter anderem eine effizienz 3 haltbarkeit 3 glück 5 und magic hat spitz hat gemacht die ist mindestens zwei bis drei millionen wert also die ist so so opf an wenn man damit mein vorsort geht und wird zum outpost geht dann bekommt man aus jedem erz was man abbaut immer sechs stück raus und dann gibt es dort insgesamt lol das ist ein sky drop den gönne ich mir würde ich sagen ich nehme mal schnell noch goldäpfel op goldapfel mit auf beheading dazu und jetzt zum sport und dann klatschen wir mal ein paar leute es kommt doch wie gerufen das war bestimmt so von irgendwelchen leuten geplant die wussten dass ich jetzt ein video aufnehmen dann nehme ich mir mal meine coole bettel ex stelle die auf tors das heißt das hier so werfen kann und guck mal dass die coco xt ich denke mal die wird sich jetzt auch gleich die kiste gönnen wollen die kenne ich nämlich und die hat mir diese kiste gezeigt dass so eine ganz geheime chest ganz am anfang oh nice da wird gefeiert und ich greife ein und töte beide gönne ich mir beide warte hat er sich die kiste so ich habe ihn raus geburt ok jetzt ist die frage wo es der anderen a verdammt enderperne ich mir mitnehmen soll das der andere den will ich auf jeden fall töten hat eine enderperne geworfen ich hoffe nicht ich hoffe auch dass es sich nie ausgelockert nein da läuft dennoch ich will ihn kriegen er hat definitiv eine kiste gelootet und er hat ketten rüstung und verzauberte sachen ich will den unbedingt töten nein war das klaus das war so klaus ich will aufpassen dass die coco nicht töte nein er hat eine enderperne geworfen frage es wird die ankommen mal gucken ich will den typen töten der hat so viel stuff bekommen oder muss so viel stuff bekommen haben aber ich gucke jetzt erstmal hier auf dieser insel müsste eigentlich auch noch was sein eine kiste ah war das klaus kann ich meine axt werfen und das ist nice denn die axt macht übelst schaden alles runter gesprungen das war sein fehler es sei denn er hat sich unten ausgelockt hat sich einfach unten ausgelockt das ist ein ganz mieser trick denn wenn man auf combat ist und sich dann in der luft auslockt dann spawnt man wenn man wie connected im sporen das ist so voll und fair mal gucken hat er sich die kiste genommen was denn das solche kleiner typ aber ich habe die challenge leute mit dem bogen zu töten das will ich eigentlich gar nicht ach wo anschaut ok ich habe leider keine kiste gekriegt weil die sich alle die kisten genommen haben hey das ist der cool boy der ist total gemein deswegen habe ich ihn getötet der hat es verdient also vier prozent der challenge habe ich jetzt geschafft wer ist da so ich weiß nicht will mit denen eigentlich nicht breiten der hat auf jeden fall auch einen op bogen habe ich vorhin gesehen na gut dann gehe ich mal wieder zurück ich habe leider keinen guten stuff bekommen aber ich bin ins wort gefallen ich lese gerade von so einem typen mit dem ich eigentlich team war über den sound generator ob ich da mal ein tutorial machen kann ok also dass mir die infokarte irgendwie nicht funktioniert hat ich hatte es ja in einem ein video mal gemacht doch jetzt muss ich nicht das schneide ich jetzt natürlich raus ich hatte ja mal so ein tutorial dazu verlinkt in der infokarte aber irgendwie wurde das nicht gesehen oder ging an handys nicht abzurufen also jetzt ist in der video beschreibung irgendwo zweite oder dritte zeile der das tutorial zum john generator verlinkt könnt ihr euch angucken und nachbauen so ich hatte doch glaube ich noch was für diese folge geplant was war das denn doch ach ja genau ich habe ein bisschen was von der mining world gespielt habe da jede menge stuff bekommen habe mir so eine taktik entwickelt und wenn ich die irgendwann perfektioniert habe also ich habe heute schon fast eine million bekommen hätte eigentlich 1,4 millionen bekommen wurde dann aber von einem typen getötet wo ich nicht weiß ob das legit war der hat auf jeden fall eine crazy range kann natürlich auch sein dass er einfach nur gedeckt hat beziehungsweise hat er auf jeden fall gedeckt aber dass er so eine range hatte weil er gedeckt hat das ist möglich deswegen naja ich war mir nicht sicher und die sache die ich sagen wollte ich habe hier ein wenig was für ein opening zusammen gespart und ich denke mal dass dieses opening morgen kommen wird ich zusammen mit peiken wo ist peikens insel hier und er hat ja auch einen krassen generator gebaut und ihr seht hier jede menge kisten mit was drin hier ist ein mystic timber wo song creates da tue ich mal meine fünf noch dazu name fragment creates tue ich meine auch mit dazu enchanting creates tue ich meine auch mit dazu konfetti kann ich jetzt leider nicht bei steuern bernit treasure diesen übelst übelst wertvoll da kann zum beispiel chaos wird rauskommen deck of cards habe ich 1 box ist angst hier und damit haben wir es schon wieder 40 von den legend so ich denke mal morgen wird das opening kommen morgen oder übermorgen da dürfte ich auf jeden fall darauf freuen ich werde es auch nicht so in die länge ziehen wie beim nächsten beim letzten mal sondern wir werden einfach alle runen nacheinander platzieren also wir stellen uns hierhin und dann platzieren wir hier einmal zehn runden oder sowas und ja spannend wird es dann halt bei den sachen wie immortal stones oder die burn treasure die wird so cool ich freue mich da übelst drauf und aber ich würde sagen das war es jetzt von dieser folge es ist super super viel passiert ich versuche jetzt auch das jeden tag bis jeden zweiten tag wieder ein video kommt dann werde ich auch mit texture pack oder shader und oder shader spielen je nachdem wie ihr das wollt also wir sehen uns dann beim nächsten mal bis denne wo ich habe mich verschrieben bis dennne ciao ciao